Jo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Daily Shops, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. Wenn ihr auch in Zukunft keine Fortnite-Skins mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt unbedingt noch ein Abo da, einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken. So, im heutigen Shop haben sich wieder beide Seiten geupdated und Leute, es ist soweit, der bei Kühlen Skin ist da. Und what the fuck Leute, ist das mal ein geiler Skin, er kostet 2000 V-Bucks und schaut ihn euch einfach mal selber an. Und dann schaut er nicht geil aus, nicht nur die leuchtenden Augen, sondern dazu noch so ein richtig geiles Backpack, nämlich diese Flüge hier auf dem Rücken. Passend auch zu dem Gleiter, der ja gestern rauskam und what the fuck, schaut der cool aus. Also das ist mal so ziemlich der beste Skin in dieser gesamten Season, auch mit dem Level 100er Bette Pass, ist ja auch quasi in dem Design. Aber ich finde ihn nochmal ein Stück cooler, auch wegen dem richtig geilen Backpack auf dem Rücken. Also diese Flüge werde ich, glaube ich, in der nächsten Zeit nur noch spielen. Und da euer Support die letzten Tage wieder so mega, mega krass war, möchte ich mal in der Community natürlich auch wieder was zurückgeben. Also werde ich jetzt wieder 2000 V-Bucks verlosen, dass ihr euch den neuen Skin hier holen könnt. Alles, was ihr tun müsst, um diese 2000 V-Bucks zu gewinnen, ist ein Abo dazulassen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und ein Hashtag Valkyre, also wie der Skin hier auch heißt, unten in die Kommentare zu schreiben. Und jo, schon seid ihr dabei. Schreibt mir auch gerne euren Instagram- oder Twitter-Namen dazu, dann kann ich euch immer leichter und schneller kontaktieren. Und wir haben noch passend zu dem Skin natürlich noch den Gleiter drin, und zwar den Frostwing, weiterhin für 1500 V-Bucks. Ein mega, mega geiler Gleiter. Also dieses Set, würde ich sagen, ist das beste Set, was in dieser gesamten Season rauskam, dieses Vorbotenset. Einfach ein mega geiler Gleiter, auch diese ganzen Partikeleffekte hier und auch, dass ihr jetzt so Feuerspalt hier, what the fuck, schaut das geil aus. Also, ja, bester Gleiter für mich, kann ich absolut empfehlen. Und da kommen wir jetzt zur zweiten Reihe der, der zweiten Reihe, der rechten Seite des heutigen Jobs. Da haben wir als erstes die Bette-Pass-Stufen drin für 900 V-Bucks, ja, immer noch zehn Stufen, bleibt, denke ich, auch noch bis zum Ende der Season drin. Dann haben wir als nächstes die Raufbeuteln für 1200 V-Bucks, war jetzt schon wieder ein paar Wochen nicht drin. Ich bin ja nicht der größte Fan von diesem Marine-Blau, aber ja, an sich auf jeden Fall kein schlechter Skin. Und im letzten Sort der ersten Reihe haben wir dann die Turmspezialistin für 800 V-Bucks, wieder einer der, ich nenne es mal, Default-Skins. Oh, ja, 800 V-Bucks, auf jeden Fall in Ordnung, selten ist der Skin jetzt nicht. Und in der zweiten Reihe haben wir dann als nächstes gut schütteln für 800 V-Bucks. Ja, mit diesen Rasseln in der Hand, ich finde ihn ein bisschen teuer, ich glaube 500 V-Bucks hätten da gereicht. Und im nächsten Slot haben wir dann den Capoeira-Emote für 500 V-Bucks. Ja, auch der ist in Ordnung, würde ich aber, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Und im letzten Slot des heutigen Tages haben wir dann den taktischen Spaten für 500 V-Bucks, eine recht simpler Hacke mit so einem einklappbaren Kopfteil. Ich spiele mal kurz den Sound ab. Ja, würde ich, glaube ich, aber nicht so unbedingt empfehlen. Und jo, das war's dann zum heutigen Daddy-Shop, nehmt jetzt auch schnell am Giveaway von heute teil. Da verlose ich ja einmal diesen Valkyren-Skin hier für 2000 V-Bucks. Alles, was ihr tun müsst, um diese 2000 V-Bucks zu gewinnen, ist ein Abo dazulassen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und ein Hashtag Valkyre unten in die Kommentare zu schreiben. Also, wie der Skin hier auch heißt, Valkyre. Und jo, schon seid ihr dabei. Außerdem könnt ihr natürlich auch gerne die Glocke aktivieren. Einfach unten auf Abonnieren klicken und dann nehmen diese kleine Glocke aktivieren. Und schon bekommt ihr jedenfalls eine Benachrichtigung, was für Neues im Shop drin ist. Also lohnt es sich auf jeden Fall, um keine Skins mehr zu verpassen. Ihr könnt auch wieder jetzt rechts oben abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also, top oder flop? Dann bedanke ich mich jetzt auch recht herzlich fürs Zuschauen und auch für den heftigen Support der letzten Zeit. Das ist wirklich mega, mega krass. Und ich möchte natürlich noch schnell das Giveaway von gestern auflösen. Da habe ich einmal 2000 V-Bucks verlost. Und der Gewinner vom gestrigen Giveaway ist der liebe Summit. Herzlichen Glückwunsch an dich. Ich werde dich gleich auf Instagram anschreiben. Also bitte schau unbedingt mal deine Instagram-Pans rein. Und jo, dann würde ich sagen, ganz viel Spaß mit deinem Gewinn. Habt alle noch einen schönen Tag und wir hören uns morgen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.